Kursgewinne sind in der Schweiz steuerfrei, das wissen wir alle, aber es gibt einige Regeln, die ihr beachten müsst, damit ihr nicht als gewerbsmäßiger Händler eingestuft werdet und deshalb Steuern auf eure Kursgewinne zahlen müsst. Und damit herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf diesem Kanal. Ich habe mich etwas eingelesen und einige Bücher gewälzt und Rechtstexte gelesen, um euch einen Überblick darüber zu machen, wann und wie ihr hier in der Schweiz als gewerbmäßiger Trader oder gewerbmäßiger Handel eingestuft werdet. Das Ganze beruht und basiert auf dem sogenannten Kreisschreiben Nummer 36 gewerbmäßiger Wertschriftenhandel und wurde am 27. Juli 2012 publiziert. Auf dieses Dokument referenziere ich, ihr könnt das auch selber nachlesen, Quelle und Link ist alles unten verlinkt. Und es handelt sich hier um wirklich offizielle Daten vom Eidgenössischen Steueramt von der Schweiz. Und schauen wir uns das mal einfach etwas genauer an in diesem Kreisschreiben Nummer 36. Vorweg kleiner Disclaimer, ich bin kein Steuerberater. Wenn ihr wirklich Steuerberatung und Steuerhilfe braucht, sucht euch einen professionellen Steuerberater. Ich bin nur Privatanleger, der sich solche Dinge einfach in seiner Freizeit durchliest und seinen Spaß dran hat, um diese Dinge zu recherchieren. Fangen wir erst einmal an und das ist so einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Steuerbare Einkünfte, Steuerfreiheit der Kapitalgewinne auf Privatvermögen. Der wichtigste Punkt und den lese ich euch jetzt hier gerade vor. Als eine solche Ausnahme erweist sich die Bestimmung von Artikel 16 Absatz 3 DBG, wonach Kapitalgewinne aus der Veräußerung von Privatvermögen steuerfrei sind. Hier wird einfach grundsätzlich erklärt, welche Einkünfte sind steuerbar und welche eben nicht. Ich habe mir bewusst auch nochmal diesen Artikel 16 Absatz 3 rausgesucht, um einfach zu wissen, okay, was steht denn hier eigentlich genau. In diesem direkten Bundessteuergesetzbuch steht nämlich, erstens der Einkommensteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte. Das sind zum Beispiel auch Dividenden in diesem Fall, also diese werden ganz normal versteuert. Als Einkommen gelten auch Naturalbezüge jeder Art, insbesondere Pfarreie, Verpflegung und Unterkunft, sowie der Wert selbstverbrauchter Erzeugnisse und Waren des eigenen Betriebs. Sie werden nach ihrem Marktwert bemessen. Aber jetzt kommen wir zu Absatz 3 und das ist das Wichtigste überhaupt. Die Kapitalgewinne aus der Veräußerung von Privatvermögen sind steuerfrei. Wie wir also sehen, ist dieser dritte Absatz basierend darauf, diese Steuerfreiheit auf die Kursgewinne oder Kapitalgewinne, die wir mit Aktien als Privatinvestoren machen, extrem enorm wichtig. Jetzt ist hier natürlich die Frage und jetzt habe ich hier auch die Bemessungsgrundlage mit reingepackt. Die steht auch im Kreisschreiben. Der Gewinn aus der Veräußerung von Wertschriften wird definiert als positive Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und den Gestehungskosten der Wertschriften abzüglich der Kosten der Veräußerung. Das bedeutet, die Gestehungskosten, wenn ich das richtig verstehe, sind die Einkaufskosten für diesen Preis. Diesen Preis habe ich bezahlt und der Nachweis der Gestehungskosten obliegt dem Steuerpflichtigen. Also ich muss letztendlich selber nachweisen können mit Bankdokumenten. Ich habe eine bestimmte Aktie, ich habe Apple für 100 gekauft, verkauft habe ich sie für 170 Dollar. Das heißt, ich muss diesen Einkaufspreis selber nachweisen können, weil ansonsten die gesamte Summe theoretisch versteuert werden würde, falls man in die Zone des gewerbsmäßigen Handels eingestuft wird. Das heißt, behaltet eure Bankdokumente, eure Steuererklärungen und so weiter auf. Dazu aber später mehr mit einigem Fazit und Gedankengängen, die ich am Schluss nochmal habe. Es gibt fünf Kriterien grundsätzlich, die hier in diesem Kreisschreiben 36 erwähnt werden. Die Haltedauer der veräußerten Wertschriften beträgt mindestens sechs Monate. Das heißt, wenn ich langfristiger Investor und Privatanleger bin, der auch noch Buy and Hold betreibt, ist das in der Regel schon mal fix drin. Ich kann gerade an nicht mal einer Hand abzielen, welche Investments ich weniger als sechs Monate gehalten habe. Ich glaube ausschließlich alle Investments, die ich aktuell halte, habe ich länger als sechs Monate oder habe ich vor, länger als sechs Monate zu halten. Das heißt, hier kann ich schon mal einen Haken setzen. Diese Kriterien gelten übrigens oder sind gemeint mit, okay, wenn du das erfüllst, dann ist es so, dass du nicht als gewerbsmäßiger Händler eingestuft wirst oder die Tendenz dazu ist. Und dazu aber später auch nochmal mehr. Punkt zwei, das Transaktionsvolumen pro Kalenderjahr beträgt gesamthaft nicht mehr als das Fünffache des Wertschriften und Guthabenbestandes zu Beginn der Steuerperiode. Das bedeutet, wenn jetzt mein Investmentportfolio 100.000 Franken groß ist, darf die Summe vom Kaufen und Verkaufen nicht mehr als das Fünffache entsprechen, also nicht mehr als 500.000 sein. Das würde nämlich bedeuten, dass man sehr viel hin und her verschiebt. Ist bei mir ebenfalls nicht der Fall. Das wäre bei mir irgendwie, ich müsste, ja was sind das ungefähr, ich müsste irgendwie zweieinhalb Millionen oder noch mehr in Transaktionen haben. Habe ich aber auf jeden Fall nicht. Hier zählen Kauf- und Verkaufstransaktionen akkumuliert. Kommen wir zu Kriterium Nummer drei. Das Erzielen von Kapitalgewinnen aus Wertschriftengeschäfte bildet keine Notwendigkeit, um fehlende oder wegfallende Einkünfte zur Lebenserhaltung zu ersetzen. Okay, das ist schon mal sehr ein wichtiger Punkt. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn die realisierten Kapitalgewinne weniger als 50% des Reineinkommens in der Steuerperiode betragen. Das bedeutet, in dem Moment, wo meine Kapitalgewinne mehr als die Hälfte von meinem Einkommen sind, würde das bedeuten, dass ich vielleicht womöglich als gewerblicher Wertschriftenhandel eingestuft werde. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den wir uns merken müssen, auch langfristig gesehen. Kriterium Nummer vier. Die Anlagen sind nicht fremdfinanziert oder die steuerbaren Vermögenserträge aus den Wertschriften, zum Beispiel Zinsen, Dividenden und so weiter, sind größer als die anteiligen Schuldzinsen. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht einen Fremdkapitalhebel, der immens groß ist oder überhaupt irgendeinen Fremdkapitalhebel hat. Dass ich mir sage, hey, ich habe jetzt 100.000 investiert, ich hole mir nochmal 100.000 Fremdkapital und investiere somit auch nochmal und habe dann meine Anlagesumme verdoppelt sozusagen. Der Kauf und Verkauf von Derivaten, insbesondere Optionen, beschränkt sich auf die Absicherung von eigenen Wertschriftenpositionen. Wenn ich jetzt also Optionen leer verkaufen würde, das würde bedeuten, dass ich nackte Call-Optionen, nackte Put-Optionen verkaufe oder kaufe, dann wird das Ganze etwas kritischer, weil ich nicht den hinterlegten Wert habe. Wenn ich aber allerdings Covered Calls oder Cash Secured Puts in der Strategie mit aufnehme, dann geht es hier tatsächlich eher um die Absicherung der eigenen Positionen, respektive man hat auch keinen Fremdkapitalhebel, so gesehen, solange die Positionen gedeckt sind und man nachweisen kann, dass zu diesem Zeitpunkt diese Positionen gedeckt worden sind, dann ist es wiederum weniger schlimm. Also das heißt, wir haben hier jetzt diese fünf Kriterien und jetzt kommt hier das Spannende, das ist wirklich ein wichtiger Text. Die Steuerbehörden gehen in jedem Fall von einer privaten Vermögensverwaltung bzw. von einem steuerfreien privaten Kapitalgewinn aus, wenn die nachfolgenden Kriterien kumulativ erfüllt sind. Das bedeutet, wenn all diese Kriterien erfüllt sind. Ob in einem konkreten Einzelfall eine selbstständige Erwerbstätigkeit, das heißt ein gewerbsmäßiger Wertschriftenhandel vorliegt, ist aufgrund sämtlicher Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen. Das heißt, ihr habt am Ende des Tages hier relativ viele Kriterien gehabt, aber am Ende steht noch ein sauberer Abschnitt. Am Ende des Tages ist alles super individuell und selbst wenn diese Kriterien nicht alle zutreffen oder wenn sie alle zutreffen, wird immer nochmal individuell geschaut. Es gibt also hier keine klare schwarze und weiße Gesetzesgrundlage, sondern wir haben je nachdem Auslegungssache, Grauzone und Ermessenssache. Was ja eigentlich in meinen Augen nicht immer Sinn des Gesetzes ist, aber so ist das nun mal gerade aktuell und das sind halt die Fakten. Könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare reinschreiben, was ihr bis hierhin schon haltet, aber wir haben nochmal einige Kriterien, die auch nochmal das Ganze detaillierter erklären. Und zwar im Vordergrund stehende Kriterien. Das sind also Kriterien, die halt wirklich höher gewichtet werden. Aber auch hier ist nicht immer ganz klar, inwiefern die gewichtet werden. Zunächst einmal die Höhe des Transaktionsvolumens, Häufigkeit der Geschäfte und die kurze Besitzdauer. Eine kurze Besitzdauer deutet darauf hin, dass die steuerpflichtige Person nicht vorwiegend Anlagezwecke verfolgt, sondern vielmehr an raschen Erzählungen eines Gewinns interessiert ist. Unter Umständen kann schon eine einzige Transaktion dazu führen, dass eine selbstständige Erwerbstätigkeit vorliegt. Also das ist schon mal sehr, sehr offen formuliert. Als nächstes gilt auch ein Satz erheblicher fremder Mittel zur Finanzierung der Geschäfte. Das hatten wir ja vorhin auch nochmal, dass wir das erwähnt haben, eben dieser Fremdkapitalhebel, der verwendet wird. Und dazu möchte ich jetzt noch nicht mehr weiteres äußern, ihr könnt das gerne auch selber nochmal nachlesen. Aber ein Satz von Derivaten, das ist auch vielleicht nochmal etwas spannender, nochmal etwas detaillierter. Ein Handel mit Derivaten kann der Absicherung namentlich des Aktienvermögens dienen. Übersteigt der Einsatz von den Derivaten, aber die Absicherung von Risiken wird im Verhältnis zum Gesamtvermögen ein großes Volumen umgesetzt. So ist der Handel mit Derivaten als spekulativ zu qualifizieren, was auf gewerbsmäßiges Vorgehen hindeutet. Ihr merkt also, sobald auch das Thema spekulativ, und das ist wortwörtlich, steht das so im Kreis schreiben, das sind nicht meine Worte. Ich habe das copy-pasted 1 zu 1 Screenshots gemacht aus dem PDF-Dokument, was ihr selber nachlesen könnt. Bedeutet, in dem Moment, wo wir auch spekulativer investieren, wird tendenziell gewerbsmäßiger Handel angedeutet oder hingedeutet. Und ihr seht auch in der Formulierung, hier geht es nicht darum schwarz-weiß, es wird nur hingedeutet. Das könnte sein, muss aber nicht. Also, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir zu den Indizien von untergeordneter Bedeutung. Die systematische oder planmäßige Art und Weise des Vorgehens, sprich eure Anlagestrategie. Kurzfassung, wenn ihr eure Anlagestrategie wirklich krass ausarbeitet und euch viel damit beschäftigt, kann das natürlich ein Indiz dazu sein, dass ihr ein gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler seid oder das gewerbsmäßig betreibt. Aber eben auch hier wieder ist es nur ein Indiz. Genauso auch der enge Zusammenhang der Geschäfte mit der beruflichen Tätigkeit der steuerpflichtigen Personen, sowie der Einsatz spezieller Fachkenntnisse. Das finde ich insofern auch nochmal spannend, weil hier letztendlich gesagt wird, okay, wenn du Aktienhändler bist oder an der Börse tätig bist oder mit Börse dein Geld verdienst, weil du halt bei einer Börse arbeitest oder sonst irgendwo im Finanzbereich arbeitest, könnte es sein, dass das ein untergeordnetes Indiz ist. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was wiederum auch, es ist sehr verwirrend, ihr merkt, es geht immer hin und her. Diese beiden Indizien, also diese untergeordneten Indizien, ist durch den Entscheid des Bundesgerichts vom 23. Oktober 2009, und jetzt haben wir diese Rechts-Dings-Nummer, eine untergeordnete Bedeutung zugewiesen worden. Sie begründen für sich alleine keine selbstständige Erwerbstätigkeit, dient aber der Bestärkung, wenn eines der im Vordergrund stehenden Kriterien erfüllt ist. Also das ist wirklich extrem, extrem spannend zu sehen, wie offen das Ganze ist und es letztendlich Auslegungssache, Begründungssache und tatsächlich auf Beweisgrundlagen basiert. Also je mehr Beweise ich liefern kann, dass dem nicht der Fall ist, was mir hier vorgeworfen würde, falls das passiert, kann ich natürlich sagen, okay, hey, eigentlich ist das gar nicht so, wie mir das vorwärts, weil es eben letztendlich sehr ein individueller Einzelfall ist und nicht eben, ja, fix sein kann. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich heute besprechen möchte, und zwar der Beurteilungszeitpunkt. Und hier ist vor allem wichtig, den letzten Abschnitt zu lesen. Mit Hinblick auf die Unsicherheit und Volatilität der Wertschriftenmerke ist es in der Praxis schwierig, im Voraus die Haltedauer von Wertschriften, den Zeitpunkt und die Anzahl der Transaktionen über eine längere Zeitdauer verbindlich festzulegen. Die Steuerbehörden sind da nun in eindeutigen Fällen in der Lage, zur Frage der Gewerbsmäßigkeit des Wertschriftenhandels verbindliche Rechtsauskünfte abzugeben. Das bedeutet am Ende des Tages, zumindest ist das meine laienhafte Auffassung, als Nichtrechtsanwalt, Nichtjurist und Nichtsteuerberater oder Treuhänder, sondern nur als Privatanleger, der Eigenrecherche betreibt, Letzten Endes eine sehr, sehr starke Grauzone, die auf Auslegungssache basiert und tatsächlich argumentationslastig ist. Das heißt, habe ich die besseren Argumente und beweise, dass dem nicht so ist oder dass das halt kein gewerbsmäßiger Handel ist, aufgrund dieser und dieser Kriterien, dann kann ich das tun. Die Kriterien sind hier offen. Man kann sich da hineinversetzen und sich selber fragen, stimmen diese Kriterien zu? Ja, nein. Und wenn nein, warum nicht diese dann entsprechend begründen und mit Beweisen liefern? Und dann ist die Sache am Ende des Tages gegessen. Ja, also das ist schon mal sehr, sehr, sehr spannend, wie auch hier bei solchen Gesetzen die Gesetzesgrundlage nicht schwarz-weiß ist und am Ende des Tages zwei Menschen in derselben Situation. Der eine ist gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler und der andere eben nicht, obwohl sie praktisch eine gleiche Situation haben, sondern es ermessens ist und es nur hindeutet. Und sehr oft, und da bin ich auch ganz ehrlich, und das finde ich vielleicht dann auch nicht so toll, auch aufgrund deines Kantons oder deiner Gemeinde abhängig ist, wer jetzt hier gerade die Entscheidung getroffen hat. Und ja, das ist eigentlich letztendlich das Fazit. Ob und wie man gewerbsmäßiger Wertschriftenhändler ist, steht tatsächlich so ein bisschen auf der Schippe und es ist nicht ganz klar, sondern man weiß einfach, hey, ich bin zu 60%, zu 30%, zu 25%, zu 99%. Aber es gibt fast nie so ein eindeutiges, eindeutiges, zu 100% fixes Merkmal, das gesetzlich eben so festgelegt wird. Gefallen euch solche Videos, wenn ich wirklich auch mal so einen krassen Deep Dive mache und wirklich recherchiere auf die Grundlagen und teilweise auch in Gesetzestexte nachlesen lasst? Gerne einen Daumen nach oben da. Diese Recherchen finde ich immer ganz cool. Und zum Schluss möchte ich mich natürlich auch bedanken an den lieben Lionel. Er hat mir nämlich diese Idee gegeben und überhaupt das Kreisschreiben 36 erst gezeigt. Darum herzlichen Dank und Grüße gehen raus an den lieben Lionel. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann checkt unbedingt gerne dieses Video ab, denn da werdet ihr nochmal einiges mehr lernen.